Musik Hi, ich bin Jorgo Hulevas, rechter Verteidiger, 21 Jahre alt und spiele bei Concordia. Hey, ich bin Matti Hulevas, 19 Jahre alt, linker Verteidiger bei Concordia. Musik Also ich freue mich, dass ich mit meinem Bruder zusammenspielen kann. Wir spielen auch sehr gut zusammen, klar schreien uns ab und zu mal gegenseitig an. Zu Hause sind wir halt eine Familie, so ne. Ich fühle mich mit meinem Bruder zu Hause, FIFA, auf dem Platz sind wir halt manchmal gegeneinander, weil er halt auf der linken Seite spielt und nicht rechts, sondern wir halt im gegnerischen Team sind. Und krass hat er auch manchmal zwischen uns beiden, ne. Sehr geil. Musik Mein Vater ist zu Hause Vater und auf dem Platz Trainer. Sehr streng, sehr emotional und halt eine volle Respektperson. Und zu Hause ist halt Vater, Freund, kann man gar nicht vergleichen eigentlich. Musik Und ja, dann fahren mein Bruder und ich immer zusammen zum Training. Dann absolvieren wir unser Training und dann fahren wir gemeinsam nach Hause und essen dann zusammen, also mit meinem Vater und meinem Bruder, bei Aki. Also wir haben da unten eine kleine Küche und meistens gibt es dann Essen oder wird noch Essen kurz gemacht. Dann essen wir gemeinsam als Familie und mein Vater muss dann natürlich noch ein bisschen arbeiten, bis der Laden schließt. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017